Bin ich das A***loch, weil ich lesbisch bin und trotzdem mit einem Mann geschrieben habe? Naja, kommt drauf an, worüber. Also war das jetzt der Lieferant von Lieferando, der deine Tür nicht findet? Oder hast du mit dem Mann irgendwas anderem geschrieben? Wir schauen. Alle Namen sind frei erfunden, das ist toll. Ich, 25W, habe vor sieben Monaten Luca, 25M, kennengelernt. Ach, der Luca, den kenne ich. Ja, Luca doch. Achso, die Namen sind ja frei erfunden. Tut mir leid, Luca. Aber wir haben uns direkt gut verstanden und wir haben wirklich jeden Tag geschrieben. Du bist ja lesbisch, ne? Okay. Ich hatte eine sehr gute Freundin, Emma, 27. Sie ist lesbisch und ich habe Luca von ihr erzählt. Daraufhin hat er schon geschrieben, als wäre ich auch lesbisch. Ich habe ihm aber erklärt, dass ich heterosexuell bin. Warum? Warum hast du diesen Mann über deine Sexualität angelogen? Oder ist das Rollensprechen für ihre Freundin mit, wenn ich lesbisch bin? Keine Ahnung. Daraufhin hat er so geschrieben, als wäre ich auch lesbisch. Ich habe ihm aber erklärt, dass ich heterosexuell bin. Also du hast ihn belogen über deine Sexualität, damit er nicht den Schriftkontakt mit dir abbricht. Weil ein Mann schreibt nicht einfach so mit einer fremden Frau über das Wetter. Das wissen wir alle. Okay? Ein paar Monate später, ein paar Monate hast du das also durchgezogen, empfand ich plötzlich etwas für sie. Ne? Also für Emma, die Lokomotive. Die Gefühle haben mich sehr verwirrt, da ich ja auch für Luca etwas empfand. Aber du bist doch lesbisch. Zuerst wusste ich nicht, was ich tun sollte. Dann habe ich mich für einen Dreier entschieden. Nein, das steht hier nicht. Ich habe dann mit einer anderen Freundin, Lisa, 25, die Lisa, darüber gesprochen und sie hat gesagt, ich soll einfach ehrlich sein. Es ist, ja, es ist eigentlich relativ, relativ offensichtlich. Man sollte ehrlich sein, gerade in solchen Belangen. Also ging ich zu Emma und habe ihr die Situation erklärt. Sie hat mir gesagt, dass sie dasselbe fühlt und wir kamen zusammen in einer Art Scherenposition. Ich muss, das steht da nicht. Ich musste aber noch Luca schreiben. Ich habe mich zuerst nicht getraut, es ihm zu sagen, wegen unserem Gespräch einige Wochen zuvor. Also habe ich ein paar Tage so mit ihm geschrieben, geschrieben wie zuvor und irgendwann habe ich es ihm gesagt. Er hat begonnen, mich zu beleidigen. Tja, die Geister, die du gerufen hast, Mädchen. Er hat mich gefragt, wieso ich überhaupt mit ihm geschrieben habe, wenn ich sowieso nichts von ihm will. Und dann hat er mich blockiert. Die Frage ist auch, wie explizit das schon in diesem Chat von ihrer Seite eigentlich war, dass man irgendwas in Aussicht stellt. Also wieso genau sagt sie dann nochmal extra, ich bin heterosexuell. Ich gehe davon aus, also sie empfand etwas für ihn. Sie ist irgendwie verwirrt, was Begrifflichkeiten angeht. Dann ist sie ja höchstens bisexuell. Offensichtlich. Also sie sagt ja von sich selbst, sie ist lesbisch und sie hat ihn damit angelogen. Über ihre Sexualität und ihm fälschlicherweise Hoffnungen gemacht. Und übrigens Reddit, ihr seht es da oben im Blau. Die haben entschieden, dass sie nicht das A***loch ist für diese Nummer. Nun frage ich mich, ob er vielleicht recht hat und dass ich ihn nie anschreiben sollte. Also was sagt ihr? Bin ich das A***loch? Edit. Da die Frage kam, ob wir auch geflirtet haben. Ja, haben wir. Auch nur am Ende nicht mehr, weil ich, wie gesagt, eine Freundin hatte. Ja, du hast halt so ein bisschen mit seinem Herz da gespielt, ne? Sehr eigenartig. Und du bist verwirrt über dich selber. Also entweder über dich selber oder über die deutsche Sprache. Weil lesbisch würde halt heißen, du stehst überhaupt nicht auf Männer. Dann sagst du aber auf der anderen Seite wieder, du hast Gefühle für diesen Mann entwickelt. Ja, dann bist du halt irgendwas in Richtung von bisexuell. Keine Ahnung. Also auch die Reaktion, die du da schilderst, dass die so heftig ausfällt. Ich würde jetzt eher raten. Ich müsste halt den Chat eigentlich lesen, aber ich würde eher raten, das liegt mehr an dir als an ihm. Weil du halt so komisch rüberkommst. Für nicht das A-Loch haben sich 64% entschieden. Für du bist das A-Loch haben sich nur 4,76% entschieden. Und die Kommentare sind ähnlich apologetisch. Nicht das A***loch, du warst dir über deine Sexualität nicht im Klaren. Passiert. Wichtig ist Ehrlichkeit und du warst ehrlich. Nach ein paar Monaten. Sobald du gemerkt hast, dass du Gefühle für jemand anders entwickelt hast, hast du ihn informiert. Mach dir keine Gedanken und denk eventuell drüber nach, ob du bi bist. Viel Glück mit der Freundin. Naja, das stimmt der Geschichte zufolge nicht ganz, kommentiert der Nächste. Sie hat ja erst geschaut, ob die andere auch dasselbe fühlt. Und selbst als sie das ja hatte, noch etwas gewartet, um ihm Bescheid zu sagen. Ich finde, dieses Zögern war falsch, aber halt auch total menschlich. Genauso wie seine Enttäuschung. Beleidigungen gehen aber so oder so gar nicht. Also jetzt sind seine Beleidigungen... ...der er da halt verscheißert wurde. Also wie sehr man ihm da was in Aussicht gestellt hat. Und es klingt eigentlich nach sehr. Und dass man dann halt hört, hey, ich bin lesbisch. Wahrscheinlich, also wenn sie das genauso verwirrend verkauft hat wie hier, dann könnte er ja denken, hey, ich hab dich die ganze Zeit, die ganze Zeit verarscht. Wollte nie irgendwas von dir, hab nur mit der geflirtet, weil ich das funny fand. Und dann ist es halt absolut nachvollziehbar, dass da irgendeine Beleidigung kommt. Ja, absolut. Also ich finde hier auch jetzt spontan nicht den Kommentar, der uns zustimmt, dass sie das A-Loch ist. Also für mich bist du in dem Moment ein A-Loch. Ja? Wenn du jemanden, obwohl du weißt, dass du nicht auf ihn stehst, an der Angel hast und immer weiter mit ihm kommunizierst und auch flirtest. Ist doch widerwärtig. Dann standst du ja doch irgendwie auf ihn, schreibt sie, du bist verwirrt. Du bist verwirrt. Du bist f***ing verwirrt. Confusion of the highest order ist die Antwort. Entwirre dich mal und, äh, keine Ahnung. Lern die deutsche Sprache. Gen-Therapie! Ähm, wenn euch dieser Beitrag bis hierhin gefallen hat, schaut unbedingt mal live um 18.30 Uhr am Dienstag bei Twitch bei der Ketzerkirche vorbei. Mua! Hier kommt der letzte. Eifersucht, Angst, Veruntreue in baldiger Fernbeziehung. Hallo. Hallo. Ich weiblich24 stecke gerade in einer doofen Situation und würde gerne mal euren Rat hören. Wo sind wir da? Mein Partner, männlich26 und ich, sind seit drei Jahren zusammen. Herzlichen Glückwunsch. Er hat in seiner früheren Beziehung Probleme mit Treue gehabt. Warum ist das dein Partner? Warum ist das dein Partner? Also du weißt, dein Partner hat schon mal jemanden betrogen. Oder wie du sagst, Probleme mit Treue gehabt. Ach, Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung. Seine Ex hat ihn mehrmals betrogen. Ich nehme alles zurück. Weshalb er einige Vertrauensprobleme hat. Das kann ich verstehen, Alter. Das macht dich fertig. Wir haben gemeinsam daran gearbeitet und mittlerweile ist er nicht mehr so eifersüchtig. Warum war denn der eifersüchtig? Das ist auch die Frage. Also da gibt es ein gesundes Maß und ein ungesundes Maß. Wenn der jetzt irgendwie akzeptieren muss, dass du, keine Ahnung, da jeden Samstag auf den großen Jungsabend gehst von Leuten, die offensichtlich auf dich stehen und so weiter und du hast ihm ausgeredet, daran irgendein Problem zu sehen, dann wäre es ungesund in die andere Richtung. Aber lesen wir mal. Ja, früher hat es ihn gestört, wenn ich mit meinen Freunden, ist ja nicht gegendert, nachts unterwegs war oder alleine in den Urlaub gefahren bin. Vollkommen normal, dass einen das stört. Warum fährst du in einer Beziehung alleine in Urlaub ohne deinen Partner? Warum macht man das? Hä? Will mich ein bisschen, also was? Da immer die Angst der Untreue im Hinterkopf war. Ja, verstehe ich gar nicht. Du fährst alleine auf Malle oder so und dein Freund macht sich Sorgen, ob da ein Mann dir mal an allerwertesten packt. Das ist ja komisch. Ich habe ihn offensichtlich nie betrogen, offensichtlich, und wir haben mittlerweile großes Vertrauen zueinander, dachte ich zumindest. Ich habe mich für ein Auslandssemester in den USA beworben und wurde von einer Uni in New Jersey angenommen. Er hat mich im Bewerbungsprozess voll unterstützt und mich motiviert, weshalb ich dachte, er hätte kein Problem damit. Das Semester ist ein Dritteljahr oder wie lang? Das ist ein halbes Jahr. Halbes, okay. Ein halbes Jahr vom Partner getrennt sein, da kann man sich schon ein bisschen entfremden. Ja, vor allem dann noch da an irgendeiner Uni, umgeben von ganz, ganz vielen jungen Männern und so weiter. Ja, das ist ja unter Austausch. Also wenn man weiß, da ist so eine Austausch-Studentenparty, da gehen immer die Einheimischen hin, weil sie wissen, da sind leichte Mädchen, die weit von zu Hause weg sind. Genau, genau. Der gute Absolut. Der gute Volley wird auch an so manchem Abend mit am Start sein. Was in den USA passiert, bleibt in den USA. Nun ist es bald soweit und mein Partner wird immer abweisender mir gegenüber. Als ich das Gespräch gesucht habe, meinte er, es störe ihn, dass ich so weit wegziehen würde und er hätte Angst, dass dort irgendwas passieren wird. Ja, warum musst du in die USA? Reicht nicht Spanien oder Italien oder so? Na gut. Dass ich so weit wegziehen würde und er hätte Angst, dass dort irgendwas passieren wird. Fremdgehen, Neuverlieben etc. Ja, es geht ja noch nicht mal darum, dass er dir das anmaßt, dass du halt bewusst fremdgehst. Es geht ja auch darum, du bist in den Vereinigten Staaten als Austausch-Studentin. Du wirst auch sicherlich kein Kind von Traurigkeit sein. Da wird es Situationen geben, an denen Männer dir an die Wäsche wollen und dein Freund dich nicht beschützen kann. Und das entmännlicht ihn. Und deswegen ist er auch nicht gut drauf. Es wäre so lustig, wenn man mal so ein Follow-up machen könnte oder so zwei Dinger, die wir uns vornehmen, dann zusammenhängen. Irgendwie quasi nach dem, irgendwie sechs Monate später, bin ich das A**loch. Wenn ich zu meinem Gefühl stehe. Ich habe den Jack kennengelernt. Drüben in Ami landet. Das wäre so lustig, ey. Jack Black C*****. Ja, ähm. Das sollte irgendwas passieren. Ich habe ihm versichert, dass das nicht passieren wird und dass ich kein Interesse habe, mit anderen Männern zu schlafen oder andere... Ja, das haben sie vorher ja immer. Die über Freundschaft hinausgehen aufzubauen. Alter, bei wie vielen Beziehungen, die ich hatte, habe ich mir vorher gedacht, das wird jetzt eine Beziehung. Bei wie vielen Beziehungen ist man da einfach reingerutscht? Das wird mir jetzt wieder falsch ausgelegt, wie ich das jetzt ausgedrückt habe. Aber interpretiert das mal nicht wie Kindergartenkinder, ja. Es passiert doch auch einfach manchmal. Ne, das entwickelt sich. Ob man das vorhat oder nicht. Seit zwei Tagen ist er total eingeschnappt und der festen Überzeugung, dass ich meine Liebe ihm gegenüber nur beweisen kann, indem ich nicht in die USA fliege und hier weiter studiere. Also ist es nicht unmöglich, dass du hier weiter studierst und dadurch nicht deine Beziehung aufs Äußerste gefährdest? Warum machst du das dann nicht? Also ich meine, wenn man in einer Beziehung ist, in einer Ehe noch viel schlimmer, aber in einer Beziehung, dann muss jede Entscheidung, die du triffst, so entschieden werden, dass du auch bewerten musst, ist das gut für meine Beziehung oder nicht? Und damit meine ich jetzt nicht, kaufe ich jetzt heute Tomaten oder Möhren im Bioladen? Ja, ist das gut für meine Beziehung? Sondern damit meine ich solche Sachen. Ist das eurer Beziehung zuträglich, dass du da hinfährst? Nein. Ein halbes Jahr durch einen Ozean getrennt vom Partner, ist schon eine heftige Sache. Das ist schon heftig. Und danach, wie gesagt, ihr werdet euch noch sehr lange dann wieder aneinander gewöhnen müssen in der Zeit. Aber gut, seit zwei Tagen ist er total eingeschnappt, das haben wir ja. Sicherlich könnte ich das tun, aber ein Auslandssemester ist eine tolle Möglichkeit, seinen persönlichen Horizont zu erweitern und viel Neues zu lernen. Was lernst du? Also ich weiß, klar, wenn du irgendwie Englisch sprechen möchtest, dann ist es natürlich geil, mit Native Speakern zusammen zu sein. Das verstehe ich. Aber darüber hinaus, was lernst du dort? Also ich würde da wahrscheinlich lernen, wenn ich es nicht schon wüsste, dass an amerikanischen Unis alle geisteskrank sind. Ja. Ich habe beiläufig erwähnt, dass ich wohl auch viel nach New York City rüberfahren werde. Einfach, weil es möglich ist und ich diese Stadt liebe. Diese Stadt wird dich lieben. Dies passt ihm überhaupt nicht, da ich dort ja attraktive Aktienvögel treffen könnte, die mir viel mehr bieten können als er selbst. Ja gut, da kommuniziert er selbst natürlich auch eine krasse Unsicherheit, aber... Was für ein Weltbild die auch haben. Ich liebe New York City, du warst noch nie da. Also wie kannst du eine Stadt lieben, in der du noch nie warst? In dem Traffic Jam der Vereinigten Staaten, Alter. Ja und ich meine, da gibt es üble, üble Gegenden. Ich habe einen Kumpel, der war vor einer Weile da in New York City. Er hat sich dann, ich glaube auch ein Airbnb oder so genommen in der schlechteren Gegend und wenn er da irgendwie um, keine Ahnung, 10 Uhr abends, sagen wir so spät wie jetzt oder so, mal rausging, um sich eine Tüte Chips oder irgendwas zu räumen, dann wurde ihm für den Rückweg vom Kassierer dort viel Glück gewünscht. Das sagt schon einiges aus. Ich weiß, dass da nur die Unsicherheit aus ihm spricht. Wiederholst du das Gaslighting ihm gegenüber, jetzt auch uns gegenüber. Seine Unsicherheit ist begründet. Das ist eine Probe für eure Beziehung. Und gerade wenn so viel mehr zwischen euch liegt, dann kann der nicht auch mal gerade, wenn irgendwas Blödes passiert ist, dich besuchen. Nehmen wir an, du machst in Großbritannien dein Auslandssemester. Bist du auch unter Native Speakers, die sprechen tatsächlich sogar besseres Englisch als die Amerikaner und wenn dir da was passiert, dann steigt er heute in Berlin in einen Flieger und ist in drei Stunden bei dir. Ach, das ist eine von diesen komischen Medienopfern, die irgendwie ein paar Filme gesehen haben oder irgendwie, keine Ahnung, How Met Your Mother oder irgendwas und dann gesagt haben, oh, New York City, oh, ich bin ein Weltbürger, ich wäre in New York City. Also ich würde für eure Beziehung empfehlen, wenn ihr ein Auslandssemester machen wollt, seid lieber Single. Ich weiß, dass da nur die Unsicherheit aus ihm spricht, aber es macht mich wahnsinnig. Ich möchte mir diese Chance wirklich nur sehr ungern nehmen lassen. Wenn ich nicht gehe, ist er happy, aber ich glaube, dass ich ein Groll gegen ihn hegen würde. Oh, ich könnte die ranzige Stadt New York nicht sehen. Oh, ich konnte nicht im Stau stehen, im Taxi dort. Oh, wie schrecklich. Ich konnte nicht die wilden College-Partys mitfeiern. Ohne das zu wollen. Wenn ich gehe, zerstört es vielleicht unsere Beziehung. Ich stehe gerade vor einem Scheideweg. Ja, also wenn du gehen möchtest, mach lieber vorher Schluss mit dem. Weil das halbe Jahr, wenn er jetzt schon diesen Mindstate hat, wird richtig scheiße für dich werden. Und irgendwann wirst du ihn ignorieren und nicht mehr auf ihn antworten. Dann ist eure Beziehung eh gelaufen. Der sagt ja jetzt schon, ey, Mädel, wir sind hier zusammen, wir sind ein Paar und du willst ein halbes Jahr weg für irgendwelche Erfahrungen, die du auch an einem anderen Ort sammeln könntest, wo man zumindest ein bisschen nahbarer wäre. Warum unbedingt dort? Klar, ist schön, ist toll, USA, wollen wir alle mal hin. Aber wie gesagt, ist das gut für deine Beziehung? Die Antwort ist nein. Hält eure Beziehung das durch? Keine Ahnung. Willst du es drauf ankommen lassen? Man hört hier auch wieder eine große Naivität halt raus vor allem. Über halt die Zustände, sagen wir in New York. Oh, in New York City, kenne ich aus dem Fernsehen. Und davon ableiten würde ich dann auch, was Beziehungen betrifft. Die denkt halt, alles Tutti wird schon werden und so. Tja, das ist nicht immer die Realität. Vielleicht wird man da eine Erfahrung sammeln müssen, sagen wir es mal so. Ja, vielleicht musst du da hin und vorher nicht mit deinem Partner Schluss machen, nur um dann halt nach ein paar Monaten mit dem Schluss zu machen, weil das dann halt alles, was ihr an Interaktion hattet, in drei Jahren gemeinsam wohnen oder so gemeinsam essen gehen, das wird nicht mehr da sein. Ihr könnt nur noch über Text kommunizieren oder über Telefon. Und das ist halt Beziehung auf Sparflamme, aber Sparflamme kurz vorm Ausgehen. Und das ist schon hart. Dann auch ein halbes Jahr. Dann auch mit seinen Sorgen, die durchaus begründet sind. Und das verstehst du nicht als Frau, weil alle Leute sind einfach nett zu dir und die Welt ist schön. Und das meine ich auch nicht auf alle Frauen bezogen. Aber diese Frau hat dieses naive Verständnis von, ich gehe halt mal ein halbes Jahr weg und gehe da in New Jersey aufs Auslandssemester. Also was wird da passieren in New Jersey? Was wird dort bleiben? Ich sympathisiere jetzt sehr mit dem Typen. Das mag jetzt so wirken. Stimmt auch zu einem gewissen Grad, weil er weiß, dass es schlecht für die Beziehung ist. Und ihr ist das halt egal. Man muss aber sagen, er hätte das von Anfang an sagen sollen und nicht erst dann, als es konkret wurde. Er hat da ja offenbar noch unterstützt oder so. Das war schwach von ihm. Diese Situation hätte vielleicht vermieden werden können, wenn er dann schon gesagt hätte, ich halte das für keine gute Idee. Ja, absolut, absolut. Aber na gut, na gut. Also was sagen denn die Kommentare dazu? Ich bitte um Entschuldigung. Hier haben wir es. Also, der erste Kommentar. Eine Beziehung funktioniert immer nur mit gegenseitigem Vertrauen. Nach drei Jahren sollte das Vertrauen meiner Meinung nach groß genug sein. Ich würde mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen. Das Vertrauen groß genug sein. So funktioniert das. Ja, bin ich mal ein halbes Jahr weg, ne? Bye. Das Vertrauen muss doch jetzt groß genug sein. Ich gehe mal gerade Zigaretten holen. Also nach sechs Jahren kannst du dich schon mal ein Jahr ver- Okay. Also es ist halt schon, ja genau, genau. Nach sechs Jahren ein Jahr und nach zwölf Jahren dann zwei Jahre. Vertrauen ist auch nicht das, was hier eine Rolle spielt. Also das, was bei einem Mann schnell wie Eifersucht wirkt, ist, glaube ich, auch wirklich eine ehrliche Sorge um die Freundin. Die ist ganz allein in den Vereinigten Staaten. Das soll schon groß schief gehen. Ohne ihn. Ich meine, wer weiß, es könnte sein, dass er auch irgendein Normie ist, der das Bild aus dem Fernsehen von New York gefressen hat. Oder auch von New Jersey, ne? Wer weiß. Aber, ähm, ja, kann mitspielen. Geh auf jeden Fall. So eine Möglichkeit kommt wahrscheinlich nicht nochmal. Du wirst es bereuen, für ihn zu Hause zu bleiben. Außerdem ist er unfassbar manipulativ und unfair. Dich bei der Bewerbung zu- Boah, Junge. Dich bei der Bewerbung- Das sind aber harte Töne. Ja, absolut, Alter. Dich bei der Bewerbung zu unterstützen und dann so ein Drama abzuziehen, das verstehen wir beide hier auch nicht. Ja, das stimmt. In dem Punkt kann man kritisieren. In dem Punkt kann man kritisieren. Ich würde es nicht manipulativ nennen. Ich denke, das ist eher Wankelmütigkeit. Ich denke, das ist eher so, ne, ja, gut, ich geh das mit. Ich geh, oh, jetzt passiert das wirklich, ne, gut, ne? Ich glaube, es ist halt irgendwann- Das war Stäche von ihm. Es ist irgendwann surreal geworden für ihn. Ich glaube, da gab es so einen Punkt, wo er realisiert hat, Alter, die fährt ja jetzt wirklich. Und, äh, dann ist es umgeschwenkt. Ähm, dich bei der Bewerbung zu unterstützen und dann so ein Drama abzuziehen mit paranoischen Gedanken, wie du fremdgehen kannst. Wenn du fremdgehen willst, musst du dafür nicht in die USA reisen. Seine Eifersucht ist sein Problem. Er hat kein Recht. Ja, stopp, 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 stopp. Wenn du fremdgehen willst, das unterstellt niemand, dass sie fremdgehen will. Aber du kannst dich in eine Situation begeben, wo das wesentlich näher an etwas rücken könnte, was du willst, als sonst, ne? Absolut. Wenn du fremdgehen willst, bla, bla, bla. Seine Eifersucht ist sein Problem. Machen wir doch zehn Jahre daraus. Sorry, dass ich unterbreche. Machen wir doch zehn Jahre daraus. Warum nicht? Das Vertrauen sollte auch da sein. Ja. Zehn Jahre nach Amiland. Zehn Jahre irgendwo hin, wo er dich vielleicht mal besuchen kann. Einmal alle halbe Jahre, wenn überhaupt. Warum denn nicht? Das Vertrauen sollte auch da sein. Ja. Oder wäre das vielleicht eine Situation, die A, die Beziehung schon in sich selber massiv belasten würde und B, bei der fremdgehen irgendwann wahrscheinlich wäre würde, weil wenn dein Freund zehn Jahre lang von dir weg ist, keine Ahnung, lebst du dann im Zölibat zehn Jahre oder was? Dein Freund hat halt auch einfach Bock auf eine Beziehung mit dir und du bist ein halbes Jahr weg. Das ist halt nicht leicht für den. Sein Eifersucht ist sein Problem. Er hat kein Recht darauf, dein Leben zu bestimmen. Doch, das ist der Partner. Natürlich hat er ein Recht darauf. Jeder Partner in einer Beziehung hat ein Recht darauf, das Leben zu bestimmen. Es ist ja euer Leben. Ihr bestimmt das gegenseitig. Klar, das ist eine Verhandlung. Und danke, bittere Emanze. Also das höre ich hier raus. Er soll sich therapeutische Hilfe holen, wenn er selbst nach drei Jahren kein Vertrauen aufbringen kann. Ja, ich wollte mit meinen Freundinnen zusammen in den Saunaclub gehen. Ich wollte dort aber nichts machen. Ich sitze noch an einer Bar und trinke ein Getränk. Hast du ein Problem damit, Schatzi? Okay. Hast du kein Vertrauen? Das war eine, die möglicherweise schlechte Erfahrungen gemacht hat, möglicherweise auch einfach indoktriniert wurde und deswegen Männer hast. Relativ klar. Der Autor. Das ging ja weit über irgendwas Sachliches hinaus. Da kam es ja, also das war ja eine Gehässigkeit, die da rauskam und eine Einseitigkeit. Also Junge. Die Frau antwortet, also die, die den Post auch verfasst hat, mit, ich habe schon oft Therapie vorgeschlagen, möchte er aber nicht und zwingen kann ich ihn nicht. Ich war auch recht erschrocken, als er meinte, er fände es scheiße, dass ich in die USA ziehe. Er hat mich ermutigt, mich weltweit zu bewerben und mich bei Selbstzweifeln, habe einige Absagen bekommen, immer wieder motiviert. Und, äh, na gut, also die Leute sagen hier alle G, G, G. Gibt es einen Prozentsatz? Also gibt es so eine Bewertung? Nee, das kann ich hier nicht. Also jetzt, wenn ich hier so rüberfliege, jeder Kommentar fängt damit an, dass es machen soll. Ähm, das sieht gut aus. Ähm, ja geil. Ähm, also ich, ich sage mal Folgendes. Also das zeichnet sich jetzt hier schon ab. Wenn du gehst, ist deine Beziehung vorbei. Nach zwei Monaten, nach drei Monaten, keine Ahnung. Aber du merkst, der will das nicht. Und du willst das schon. Dir ist es lieber, in die Vereinigten Staaten zu gehen, als deine Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja, das klingt nach Erpressung, aber so ist es nun mal. Er kommt damit nicht klar. Du willst es unbedingt, willst deinen Kopf da durchsetzen, in Ordnung. Dann mach lieber vorher Schluss, weil sonst wird das eine verdammt widerliche Durststrecke, wo ihr langsam versiechen werdet. Weil der wird dann halt immer wieder schreiben. Und, ähm, der wird auch unangenehm werden dir gegenüber. Und du natürlich, wenn du nicht erzählst, wo du warst und so. Und was man ihm auch nicht vorwerfen kann. Weil er hat ja keinerlei Kontrolle mehr über dich. Und das ist vollkommen okay, dass ein Partner über den anderen Kontrolle hat. Das läuft gegenseitig. Und er kann dich nicht mehr beschützen. Und Männer wollen euch halt ganz gerne beschützen. Und das macht was mit einem Mann. Ich würde dazu auch noch sagen, dass, äh, Amerika, vor allem das Amerika, was du dir da wünschst, du, so dieses New York-Amerika, in der Form, in der du dir das vorstellst, existiert es überhaupt nicht. Du bewertest das massiv über, so wie auch die Kommentare, wie wertvoll diese Gelegenheit ist. Du kannst jederzeit irgendwann mal einen Urlaub in New York machen. Und glaub mir, nach einer Woche wirst du wieder weg da. Hey, ich dachte, da sind überall Breakdancer und es gibt richtig coole Streetfood. Ich dachte, das wäre New York. Ja. Also, tatsächlich empfehle ich dir jetzt gerade, also du willst ja wahrscheinlich nicht davon weg. Mach Schluss! Dir selbst und deinem Partner zuliebe. Wirklich, mach es. Mach es. Oder bleib hier! Und dann läuft deine Beziehung auch weiter. Fahrt doch zusammen in die Vereinigten Staaten. Macht doch mal so einen schönen Urlaub. Wenn ihr mit dem Studium durch seid oder was das ist, was ihr da gerade macht, habt diese Erfahrung doch gemeinsam. Das wäre ein Kompromiss, den ich hier vorschlagen würde. Und ich rieche ein bisschen Gaslighting schon im Vorhinein mit dem ganzen Eifersuchtsding. Sie hat da ja davon geredet, dass sie irgendwie ein Problem damit hatte, wenn sie irgendwie weggeht mit männlichen Freunden. Was war das andere Ding, wo er ein Problem mit hatte? Am Anfang, was sich dann gebessert hat? Es ging um Freunde. Und seine Ex hatte ihn damals betrogen, weshalb er Vertrauensprobleme hat. Ja, ja, genau. Aber wie haben die sich ausgeformt? Das kam doch danach, ne? Früher hat es ihn gestört. Genau, wenn ich mit Freunden nachts unterwegs war oder alleine in den Urlaub gefahren bin. Und dass er damit irgendein Problem hat, wurde ihm ja schon ausgequatscht. Dann einfach mit, mach doch eine Therapie, du hast diese Probleme. Ich rieche da etwas Gaslighting. Ich rieche da etwas, alles muss so laufen, wie ich will. Ansonsten bist du geisteskrank. Also meine Empfehlung geht an ihn raus. Deine Freundin, die fährt da hin. Mach Schluss. Mach vorher Schluss, Alter. Lass die die Erfahrung sammeln, die du am Ende nur durch sehr lange Gespräche herausfinden wirst. Sie will das. Ihr ist die Beziehung zu dir wichtiger, weniger wichtig als nach New York zu fahren oder nach New Jersey. Dann soll sie es machen. Soll sie es machen. Aber nicht mit dir, Alter. Drei Jahre sind eine lange Zeit, das ist schade. Block das Gaslighting. Also folgendes, ich würde gar nicht sagen, dass man unbedingt direkt Schluss machen muss, aber man kann einfach mal gucken, was passiert, wenn man das Gaslighting abblockt. Ich nehme an, dass in vielen Gesprächen dann kommen wird, ja, aber du weißt doch, es ist doch etwas pathologisch mit deiner Eifersucht und so weiter. Du blockst einfach ab. Sag einfach, ach nee, du wirst mich jetzt nicht in dieser Diskussion hier pathologisieren. Wir reden jetzt über die Sache. Und das ist dann alles, was dazu gesagt wird. Denn ich habe das Gefühl, dass sie da auf dieser Schiene missbräuchig sein könnte. Muss nicht so sein, aber klingt etwas so. So sei es. In diesem Sinne, übrigens mittlerweile ist, glaube ich, der Account nicht mehr da. Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, was derjenige sonst so postet. Habe ich nichts gesehen. Ist ja manchmal auch sehr aufschlussreich, in welchen anderen Foren diese Leute unterwegs sind. Das soll es von Reddit gewesen sein. Hier kommt das Outro. Und dann wenden wir euch zu, meine Lieben.